Hallo zusammen, mich ist wieder deutscher Anführer für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes kleines Toy, das wir uns zwar aktuell nicht mehr spielen können, aber ich will euch trotzdem zeigen, wie das Ding aussieht und eventuell fügt es Blizzard ja erneut ein. Also, um was geht es? Wir wollen uns einmal das MDI Toy aus der dritten Season angucken. Das ist Träumen des Banner der Aspekte, davon gibt es auch schon eine Version aus der zweiten und aus der ersten Season, wo ich jeweils schon ein Video zugemacht habe. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, wie das Banner aussieht, beziehungsweise wie die alten Banner im Vergleich aussehen und dann erkläre ich euch so ein bisschen, wo ihr das herbekommen habt, beziehungsweise wo ihr es eventuell dann in der Zukunft noch herkriegen könnt. So, als erstes stellen wir das Banner auf und ihr seht, das ist das schicke Ding, es sind quasi jetzt drei so Symbolchen drin und wir haben ein Banner jetzt hier in der blauen Farbe. Wenn ihr es aufsetzt oder hinstellt, dann jubeln alle außenrum und ihr habt so eine goldene Umrandung. Und wir können jetzt auch die von der anderen Season noch mit dazu basteln, das ist die zweite Season und die erste Season haben wir hier auch. Ihr seht, da haben wir immer andere Symbolchen drin und halt auch eine andere Farbe. Ja, so. Und wir haben hier auch mittlerweile so einen, ja, einen Runenrahmen, würde ich jetzt mal sagen, der sich ein bisschen mitbewegt. Sieht schon ganz cool aus, wenn man die Dinger aufstellt. Wo kriegt man die jetzt her? Naja, also man kriegt jeweils ein Banner pro Season, wenn man beim MDI mitmacht. Das ist dieses, ja, Mythic Plus Turnier. Aber keine Sorge, ihr müsst da nicht krass gut sein, sondern ihr müsst nur quasi bei der Vorauswahl mitspielen. Das Schwierigste einer ganzen Geschichte ist, ihr müsst euch mit einem Team ein paar Monate vorher anmelden, dann wird das Team registriert, ihr kriegt einen Zugang auf einen extra Turnier-Server. Und wenn ihr den Zugang auf diesen extra Turnier-Server habt, dann müsst ihr in einem gewissen Zeitraum quasi ein paar Keys absolvieren. Bis jetzt waren es immer 15er Keys, also ihr müsst einfach zwei 15er Keys in Time spielen. Und diesmal waren es 17er. Es ist aber so, ihr kriegt absolutes Max-Gear und dementsprechend sind die Keys eigentlich nicht wirklich das Problem. Also das sollte eigentlich relativ machbar sein. Ich kann euch mal zeigen, hier drüben haben wir dann einmal den Turnier-Server. Und bei diesem Turnier-Server könnt ihr euch dann einfach quasi auf dem EU-Mythic-Dungeon-Server quasi in den Schal stellen. Und da sind wie gesagt alle möglichen NPCs. Und bei diesen NPCs ist es dann so, dass ihr jegliches Gear kaufen könnt mit maximalem Item-Level. Und auch Verzauberungen, alles vom Feinsten, alles quasi kostenlos zur Verfügung gestellt. So, jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Die letzten Male konnte man sich auf einer folgenden Seite anmelden. Und zwar hieß die Games Battle Major League irgendwas. Aber Blizzard hat anscheinend die Zusammenarbeit mit dieser Firma eingestellt. Heißt, darüber könnt ihr euch nicht mehr anmelden. Falls ihr euch jetzt zum Beispiel überlegt, in der vierten Season, da wird es sicher auch wieder ein Banner geben, anzumelden. Also das wurde eingestellt. Mittlerweile läuft das Ganze tatsächlich über Radio. Die Seite kennt ihr vielleicht, war dann auch eine Weile interessant wegen dem Score, bevor Blizzard selber den Score einmal eingefügt hat. Und mittlerweile kann man sich quasi darüber anmelden. Und ich vermute, dass das in der letzten Season von Dragonflight, also der vierten Season, auch wieder der Fall sein wird. Jetzt schauen wir mal, dann kann ich euch nochmal kurz den Text hier auch zeigen, was hier mit dabei steht. Okay, und zwar ist es so, dass man sich diesmal über hier Radio quasi anmelden musste. Und die anderen Male war es halt quasi über... Halt, das ist das falsche Banner, jetzt muss ich mal gucken. Gequältes Banner, achso. Da haben wir es. Jetzt war ich noch bei denen von Shadowlands. Sie sehen vom Symbol relativ ähnlich aus. Genau, also hier unten steht es dran, also wenn ihr euch anmelden wollt, das letzte Mal war es hier Radio slash Events und dann slash MDI Dragonflight Season. Und dann ist es wahrscheinlich in der vierten Season dann die vierte Season. Was ich euch noch als kleinen Tipp geben kann, in den letzten beiden Seasons war es so, dass man das Banner dann auch nochmal durch ein anderes Event bekommen konnte. Und zwar gab es dann auf Radio immer noch das Event Break the Meta und auch dafür konnte man sich anmelden. Ich vermute, das wird jetzt bei dem Banner auch wieder der Fall sein. Heißt, vielleicht guckt ihr mal die nächsten Wochen immer mal wieder auf Radio und schaut einfach mal, ob dieses Break the Meta Event angekündigt wird. Auf WoW Head macht da auch immer einen Artikel zu und da könnt ihr euch dann einfach mit anmelden. Und eventuell jetzt hier aus der dritten Season das Teunacher spielen. Genau, das war es soweit, was ich euch zeigen wollte. Ich drücke euch die Daumen, dass vielleicht das Break the Meta Event noch kommt für das aktuelle Banner. Und falls nicht, könnt ihr euch zumindest mit der Erklärung dann in der vierten Season euer Banner schnappen. Ich vermute, es werden dann vier Symbolchen drin sein und mal wieder eine andere Farbvariante. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.